So, Attentat 4. Wieso ist es denn jetzt dunkel, Alter? War doch eben noch hell. Gib, 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 gib. Begib dich zur Recyclinganlage. Begib, gib, gib, gib. Wo sind die, Alter? 3 Kilometer, na, geht. Das Treffen findet an der Wiederaufbereitungsanlage unten in L.A., woher hat das statt? Mach dir keine Sorgen wegen Kollateralschäden. Okay, also diesmal darf ich dann ballern, oder was? Gucken wir mal, wie viele Raketen ich noch habe, ne? Das ist ja immer so ein Ding. Das ist ja immer so eine Sache. Mhm. Schauen wir mal, was da abgeht. Wee-Wang. Cyclinganlage, Alter. Ich glaube, ich weiß, wo die war. Stellt euch mal GTA 6 vor, Alter, wenn man dann in diese ganzen Häuser reingucken kann. Wo Leute rumrennen. Und die voll eingerichtet sind. Jedes Zimmer sieht anders aus. So, Cyclinganlage. Ist es hier schon? Hier werden schon welche markiert, Alter. Betritt die Recyclinganlage. Junge, das ist doch mein Schrockplatz, oder? Muss ich da rein? Haben wir noch oben rein? Ich, oder? Dann holen die erstmal weg, da. Mal ein bisschen Ruhe haben. Ich weiß gar nicht, wo es hier reingeht. Hier? Geht's hier rein? Hier geht's nicht rein. Hier muss irgendwo einer sein, Alter. Um der Ecke. Ah, hier ist eine Tür. Schaltet das Ziel aus. Okay, ich hab's gesehen. Ach, hier war ich schon mal. Ich glaub, das ist so ne... Das war so ne, ähm... Story-Mission, glaub ich. Ich glaub, das war sogar mit Lamar und, ähm... Wie hieß der andere? Franklin? Der lebt noch. Er ist dran. Ich hab's gesehen. Irgendwie sieht gar nichts. Hat die ein taktisches Licht, hat die. Das ist schon ganz schön geil, ne? Dafür, dass das Spiel 3000 Jahre alt ist. Ist das der, ist das der, den ich da killen soll? Der haut ab, Alter. Verstehen, du Sau. Wo ist der, Alter? Der ist ja hier runtergerannt. Wo ist denn eigentlich das taktische Licht? Was ist das? Oh, das ist... Alter, wo ist denn der Typ hin? Na ja, schaltet das Ziel aus. Jetzt muss ich erstmal wissen, wo er ist, ey. Ich bin da abgehauen, ey. Was machen die denn hier auf meinem Schrottplatz, Alter? Ziel erledigt, ja, ja. Ich versuch mal irgendwie zu meinem... ...zu meinem Deluxe wieder zu kommen, hier. Kann ruhig kommen, ey. Ich muss hier irgendwie über diesen Zaun rüber. Ich weiß nicht wie. Da geht's nicht rüber, auf jeden Fall. Ich muss irgendwie... Vielleicht hier so? Ja. Nimm mal ne Weste. Hier muss irgendwo einer sein, Alter. Ich sehe keinen. Oh, da, da. Ja, ja, ja. Steht noch einer daneben? Das kenn ich gar nicht. Mein... Ich wollte grad sagen, ich wollte grad sagen, mein Fresse, Alter. So, dann machen wir hier schnell Deluxe-Action, Alter. Und Abfahrt. Abfahrt. Let's go. Nehmen wir mal wieder ein bisschen Action in der Bude hier, ne? Oh, ja. Was? So, ein bisschen bestanden. Jetzt gibt's aber wenigstens mal ein bisschen mehr Kohle. Boah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020